Bis 2030 wird die weltweite Nachfrage nach grünem Wasserstoff die Zahl der Elektrolyseure, die ihn produzieren können, bereits übertroffen haben, sagte die US-Investmentbank und das Finanzdienstleistungsunternehmen Jefferies Group. Laut Jefferies bleibt dies auch dann der Fall, wenn der Wasserstoffverbrauch auf dem niedrigsten prognostizierten Niveau bleibt. Zugleich kritisierte Jefferies den Einfluss der Ölindustrie und den Einsatz von blauem Wasserstoff erklärte aber auch, dass selbst bei der geringsten Nachfrage nach grünem Wasserstoff die Elektrolyseure weltweit schon 2030 überfordert sein werden. Das in New York ansässige Unternehmen veröffentlichte, seine Vorhersagen in seinem aktuellen Bericht Plugging into the Hydrogen-Ekosystem für Kunden. Dem Bericht zufolge wird das weltweite Angebot an Elektrolyseuren bis zum Ende dieses Jahrzehnts 47 Gigawatt erreicht haben, aber irgendwo im Bereich von 30 bis 40 Gigawatt liegen könnten. Im Vergleich dazu gibt es laut Bericht 54 Gigawatt angekündigte Projekte und 94 Gigawatt-Projekte, die zugesagt sind. Die Schlussfolgerung ist, dass selbst im Szenario mit der niedrigsten Nachfrage selbst für die vorgeschlagenen Projekte bis 2030 kein ausreichendes Angebot vorhanden sein wird. Die derzeitige Wachstumsrate der Elektrolyseur-Kapazität wird mit der erwarteten Nachfrage nach grünem Wasserstoff nicht Schritt halten. Laut dem Jefferies-Bericht prognostiziert, die Internal Energy Agency, dass bis 2030, im Rahmen des Announced-Pledges-Szenarios, der Behörde bis zum Ende des Jahrzehnts 180 Gigawatt Elektrolyseure in Betrieb sein werden. Bis 2050 wird sein Netto-Null-Emissions-Szenario enorme 850 Gigawatt erfordern. Derzeit sind nach Schätzungen von Aurora Energy Research 200 Megawatt installierte Elektrolyseur-Kapazität vorhanden. Was treibt die globale Nachfrage nach grünem Wasserstoff an? Laut dem Jefferies-Bericht gibt es bereits viele verschiedene Faktoren, die die globale Nachfrage nach grünem Wasserstoff vorantreiben. Darüber hinaus hat die Investmentbank auch andere Faktoren identifiziert, die in naher Zukunft eine zunehmende Rolle spielen werden, auch wenn sie derzeit nicht die primären Treiber sind. Der anfängliche Bedarf an sauberem H2 kommt in erster Linie von bestehenden Nutzern dieser erneuerbaren Energiequelle und wird nicht von neuen Sektoren wie Industrie oder Verkehr getrieben. Dies sind Industrien, die den Kraftstoff bereits verwenden, aber nach saubereren Quellen suchen, da sie derzeit H2 verwenden, das mit einem größeren CO2-Fußabdruck produziert wird, und nach Wiegen zur Dekarbonisierung suchen. Wir sehen die nächsten Anwendungsfälle als industrielle Anwendungen, die bereits Wasserstoff, Ölraffination und Methanol, Ammoniak und Stahlherstellung verwenden, heißt es in dem Bericht. Darüber hinaus glauben wir, dass es Spielraum für schwere Fahrzeuge gibt, wobei e.V. das PKW-Rennen gewonnen haben, und darüber hinaus scheinen stationäre Leistung, Mobilität und Leistung mittel- bis längerfristige Ziele zu sein. Jefferies bleibt vom Potenzial von blauem H2 unbeeindruckt, um die Nachfragelücke bei grünem Wasserstoff zu schließen. Da die Kapazität der Elektrolyseure nicht ausreichen wird, um die globale Nachfrage nach grünem Wasserstoff zu decken, besteht laut Jefferies Bericht die Neigung, auf blaues H2 umzusteigen, um die Lücke zu schließen. Blaues H2 ist grauer Wasserstoff, der mit fossilen Brennstoffen, die nicht aus Kohle stammen, wie Erdgas, hergestellt wird, aber Kohlenstoffabscheidung und Speicherung verwendet, um zu verhindern, dass der Großteil der Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre freigesetzt wird. Jefferies hält es nicht für attraktiv, auf blaues H2 zurückzugreifen, da sein Anteil am H2-Markt deutlich geringer sein wird als der von Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind produziert wird, teilweise aufgrund der Kosten für CCS und auch wegen Problemen mit CCS. Die Kosten von blauem gegenüber grünem Wasserstoff bis 2030 Jefferies prognostiziert, dass die Kosten für blaues H2 bis 2030 zwischen 1,25 und 2,00 US-Dollar pro Kilogramm betragen werden. Für grünen Wasserstoff wird diese Zahl jedoch von derzeit 3 US-Dollar auf 6 US-Dollar und 55 Cent pro Kilogramm und bis zum Ende des Jahrzehnts auf einem US-Dollar und 50 Cent pro Kilogramm sinken. Aus unserer Sicht funktioniert CCS nicht im Maßstab, heißt es in dem Bericht. Die Gründe dafür, dass blaues H2 nicht zum Füllen der Nachfragelücke bei grünem Wasserstoff geeignet ist, sind. 80% des eingefangenen Kohlenstoffs werden heute in Ölquellen verwendet, um die Förderung von Kohlenwasserstoffen zu fördern. Die CCS-Raten sind mit etwa 65% niedrig. Von allen CO2-Emissionen werden derzeit weniger als 0,1% abgeschieden und gespeichert. Die Speicherkapazität für CCS ist nicht unbegrenzt. In dem Bericht heißt es, dass es begrenzt zugängliche versiegelte unterirdische Brunnen gibt, die für die CO2-Sequestrierung geeignet sind. Über diesen letzten Punkt hinaus verwies der Jeferys Bericht auf einen von Eust-Technica herausgegebenen Bericht, in dem es heißt, dass selbst die saubersten Projekte mit blauem Wasserstoff nur 12% weniger Emissionen hatten als ihre Äquivalente für grauen Wasserstoff, hauptsächlich aufgrund des erhöhten Bedarfs an Erdgas zur Energieversorgung. Kohlenstoffabscheidung und fügt hinzu, dass es unrealistisch ist, davon auszugehen, dass Kohlenstoff unbegrenzt gespeichert werden kann. Diese Behauptung wurde weiter durch eine Studie vom August 2021 gestützt, die im Energy Science and Engineering Journal veröffentlicht wurde und von der Park Foundation und der Cornell University finanziert wurde. Was Jeferys in seinem Bericht nicht getan hat, ist, eine Alternative zu blauem H2 vorzuschlagen, um die Nachfragelücke bei grünem Wasserstoff bis 2030 zu schließen. Jeferys Group LLC mit Sitz in New York City ist ein multinationales, unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen und Investmentbank in den USA. Das Unternehmen bietet Finanzberatungsdienste, Kapitalmarktdienstleistungen, Wertpapieranalysen, Institutionelles Brokerage und Vermögensverwaltung an. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfewnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf hfn.